Riesige, große, dicke Affen. Also vor allem was Donkey Kong angeht. Die, die dann eher weniger, aber... Riesige, große, dicke Affen. Warum könnt ihr nicht den einfachen Fisch einfach wegboxen? Donkey Kong würde die... Isst solche Dinger doch zum Frühstück. So als, äh, so neben den Bananen. Hier als, äh, Beilage, genau. Da ist doch jeden Tag Fisch als Beilage. Warum kann er die Dinger nicht einfach verprügeln? Wow, wow, wow. Ist das ein neuer Ungarn oder so? Nein, hier wartet nur mein Tod. Ja, man merkt es. Kaum habe ich Ungarn nicht mehr, schon bin ich dem Tode viel näher. Einfach unten durch. Was, das geht nicht? Okay. Upside. Ich habe Zeit, habe ich gesagt, also hör auf dich zu beeilen, Jesse. So, ich will jetzt gucken, was da hinten ist. Wir wissen, hier ist ein böses Rad. Böses Rad. wäre es auch mal wieder der ersatz ich habe jetzt versatz gesorgt und diesmal verliere ich ihn nicht hier durch dann hier mein kollege da bist du ja wieder so aufpassen auf passen aufpassen kreisende stachelräder unter wasser natürlich moment und da kommt er kommt ja wohl ich habe gerade wenigstens in die richtige richtung geschleust da kommt was da kommt was da kommt genau das und tschüss ja ich habe keinen bock jetzt zurück zu schwimmen dafür der seh weg so hier bin ich eben gestorben nicht an dem fisch so aufpassen weil genau sowas kommt ja 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 danke absicherung so wie das jetzt noch mal kommt runter und ich komme hoch da und noch mal bitte sei recht bitte sei recht bitte sei rechts ja danke ich bin im ziel nahe mein mittagessen mein frühstück greift mich an crack gesagt immer ich soll nicht mit dem essen spielen das habe ich jetzt davon ende 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 jawoll ja ja war ja geschafft da kommen besuchen wir den alten alten opa mal kommen wie geht's natürlich ich bin mitten in einer fabrik und du bist ganz uhr plötzlich wieder im dschungel mit mit dem blauen himmel im knalltag gibt es viele abkürzungen ja das kenne ich schon hallo du sprichst gerade aus dem aus der ersten welt loren leicht sind noch so ein loren level ja das ist ein bonus level oder hier unten nein da oben kommt nicht dran das war das wo ich aus dem wagen raus springen kann okay gut hier werde ich auch mal spaß haben die bonus level zu suchen nein da ist eins oder war hier oben nur wegen ging es uns bin ich jetzt hier hochgesprungen das war knapp ne mal ehrlich wofür bin ich jetzt da hochgesprungen ach da unten war das mit dem fischi fischi also ich weiß wo ein bonus level ist aber nein gut jetzt muss das level auf anhieb schaffen ohne zu sterben da da ist eins aber das habe ich nicht gemeint ich meinte ein anderes ok wovon habe ich ja ich habe jetzt keinen bock auf dem bonus level also hole ich mir expresso das bester kommt nach winky hatten wir schon also kommt jetzt nichts das ist nur die beiden die ich weiß also das und kurz vorm ende ist noch eins das weiß ich noch bitte nur die beiden dann habe ich heute wieder einiges gescheißt geschafft meine ich ich weiß nicht wann trinkt auf jeden Fall so ein eierpunch kack ich glaube den mag ich nicht oder likör man kann sich kein likör ja hier ist das zweite nein verdammter kremmeln ach alles noch mal von anfang man dummer kremmeln da dachte ich mir ja ich bin am ende also mit dem level hurra ich habe es fast geschafft das ist da der kremmeln kommt und tötet mich ich mal unten her gehen deswegen ist der obere weg besser ich bin noch nie unten her gegangen wenn ich so drüber nachdenke ich bin immer automatisch oben her wenn ich sehe seil riecht verdächtig springen wir mal dahin war immer gut von mir zum verdächtigen seil da hoch zu springen so und gar und gar habe ich gerade das weiß ich gerade nicht naja gucken wir doch mal wie viel und gab es habe ich denn wo 3 warum habe ich von allen also 2 im und dann jetzt den dritten was soll das aber habe ich mich eben wieder erschreckt das war wieder so verdammt knapp ich dachte mir ja fest direkt auf die schienen so netz sind die dem spiel nicht wer ist vielleicht eines der ersten level dann würden sie sagen ja natürlich kommt geschmeißt nicht auf die schienen wieder drauf damit ja auch bloß nichts passiert aber hier sagen sie davon träumst du nachts idiot moment dann darf es ja gleich wieder von anfang machen die trauen dass ich doch noch voll oder natürlich trauen dass ich voll umdrehen und runter und da ein großer bruder da kommt bestimmt wieder in die mitte 650 genau hier kann man über 100 leben haben das ist eine gute frage ja von anfang natürlich alles noch wegen diesem dumm kremlin da gut dann mache ich eben das level noch zu ende und dann sollte es für heute wieder genügen sollte wieder eine menge geschafft alle bonus level im ersten teil dieses dieser welt eine wasserwelt schön durchschwommen was habe ich noch alles geschafft heute das wasser eigentlich auch schon jetzt mal gehen wir oben her ist ja eh dasselbe jetzt wo unten kein engard mehr ist und diesmal nicht über speicher fast springen das wäre etwas doof das war auch an sich doof was das überhaupt beim ersten mal gemacht habe ach ja ich vergesse mal dass da unten das naja ich will es nicht ich war da oben schon ach die musik die so schön ich liebe die donkey und country 1 musik ich kann es nur oft genug ich kann sich oft genug sagen ich liebe sie gehört zu den besten games soundtracks die es gibt oder wenn wir mal sagen der messe an sich die donkey kund kann schön musik ist die beste die ich kenne 90 ach kommt die 100 kriege ich auch wohl noch voll so da ist das andere bonus level was wohin dass ich jetzt noch nicht rein kann weil ich komischerweise automatisch immer in meinen kart zurückgezogen werde so aber so kann ich da hin und haus hier hoffentlich war es das jetzt auch wo dass wir noch eins versteckt sollte auch nein ok kommt bitte 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 noch mal na gut ich so morgen danach zeit für heute ist um wir sehen uns dann morgen wieder beindruckt gekommen kann schwer 1 bis dann